Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zum neuen Video. Heute geht es für uns durch das CC-Training im Trainingsteam von Stefan Rufus. Und zwar geht es heute ins Salavo, da bin ich vor zwei Jahren schon mal gewesen. Da habe ich dann mein erstes CC-Training gehabt. Und ja, heute ist es schon schwer zu bedingungen. Einerseits hatten wir gestern das Ressorturnier. Das Video sollte man schon sehen haben, ich kann es oben verlinken. Und dann kommt noch dazu, dass mir der Lemmy heute Morgen auf den Fuss gestanden ist. Und dann ist er verklopft und mich noch getroffen und dann bin ich noch umgekehrt. Das heisst, ich habe das Knie aufgeschürft und den Fuss ziemlich schwul. Und es tut ziemlich weh, aber ich werde probieren, mich wieder durchzukämpfen, weil, ja, die Training sind einfach cool und ich will es nicht verpassen und ich probiere. Und das hat er gar nicht gegeben, geht es gar nicht. Aber das kommt sicher alles gut. Der Lemmy ist schon ein liebes Ressli. Und eigentlich passt er auf mich auf. Aber manchmal vergisst er, dass ich dort auch noch am Hufwetter war und ist mir dann einfach Fuss gestanden. Ja, nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt gleich los. Und heute wird es vielleicht nicht ganz so viele Videoaufnahmen von unten geben, aber ich werde mir den GoPro reiten. Und diese Aufnahmen wird es sicher geben, falls es funktioniert. Und meine Mom wird auch noch ein paar Fettchen machen und dann kommt das sicher gut. Ich wünsche euch viel Spass beim Video. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 This whole world Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020